Jetzt müssen wir jetzt kommen, so in 10 bis 15 Minuten, da warte ich Sie, eine Gruppe von jungen Damen. Wir machen heute einen Junggesellen-Workshop-Tanz-Workshop. Die Mädels wollen sich heute einfach mal informieren, mal sehen oder auch mal ausprobieren, wie eine Weiterentwicklung des Bauchtanzes, nämlich den Hip-Ice-Style ist. Eine Mischung aus diesen ganz klassischen orientalischen Bewegungen aus dem Bauchtanz, verbunden mit ein paar Basics aus dem Hip-Hop. Und das Ganze wird einfach dadurch noch etwas cooler und natürlich auch freisemitisch. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.